ok zielten diese leute und damit willkommen zu hoos das gut das geht eigentlich ab hier so far acqu wir wissen es doch gar nicht hell doch Ich werde jetzt mal anfangen, mir eine Rüstung zusammenzubauen, so langsam mal. Also, wir müssten. Damit ich da auch verzaubern kann, ordentlich. Bevor ich die überhaupt verwende. Und die uns hoffentlich auch hilft. Also, wir brauchen definitiv Gold, ne? Und Eisenplatten. Eisenplatten ist halt nicht das Problem. Eisen haben wir relativ viel. Und zwei. Ich glaube, Gold hast du auch relativ viel. Kann das sein? Es geht. Ich muss ja gucken, ich habe noch einen Engineering Hammer. Ja gut, Engineering Hammer, ich glaube, einer wird zwischendurch kaputt gehen. Also, ich habe jetzt einen Stack Platten gemacht. Hast du denn genug Material da hinten bei dir? Von Tarned Leder her? Tarned Leder habe ich hier über den Stack. Tarned Leder werde ich das Problem haben, da habe ich jetzt gerade nur 8. Nö, dann mache ich dir das nämlich auch rechtfertig. Ja, dann komm du gleich rüber. Ja, gleich. Erstmal muss ich mir Platz 2 machen. Weil dann mache ich jetzt nämlich was ganz... Aufräumen. Aufräumen. Was ist das? Weil da habe ich nämlich auch... Kann ich kurz zeigen gehen? 1, 2, 3, 4... Ich freue mich gleich jetzt noch Musik an. Irgendwie ist das ein bisschen... 1, 2, 3, 4... Kenn ich. Bisschen langweilig auch, ne? Musik auf den... Und ich habe hier die ganze Ebene jetzt freigeräumt. Das ist halt noch nicht alles, aber schon einiges. Das wird auch noch verschwinden. Das wird halt alles... Terraform, dass man das dann so anpassen kann, wie man das gerne haben möchte. Wo bist du denn gerade da oben an dem Ding, ne? Ja, ja. Wie gesagt, was ich hier halt gerne am liebsten mag, alles selbst aufbauen. Auch wenn das schon Heidenarbeit sein wird. Und das macht man sowieso aus Green. Und Erde brauchen wir on-mast dann. Oh, Erde haben wir glaube ich mittlerweile ein bisschen on-mast. Obwohl. Wir haben jetzt 167 Stacks. Wenn man die Berg macht, man braucht die nicht komplett auszuhalten. Nö, du kannst ja... Man kann die da auch nutzen. Du kannst den ja unten frei lassen. Du musst ja nur das Außending machen, das wird ja reichen. Nö, man kann das ja trotzdem halt auch nutzen, man unten. Auch für die Kathedrale, für die Katakompen. Das wird noch ein Spaß dann. Oder macht halt das Ding halt da rein, die Friedhöfe. Kennst du das von... Kennst du das von... Kennst du das von Heer der Ringe? Da wurde da... Wo die gegen die Geister kämpfen, wo du dann diese riesen... Diese riesenlangen Brücke lang gehen und alles so mit den Gräbern links... Das macht ja auch schon bist. Und wenn du nasst, dann kannst du das von Heer der Ringe auf remain. Du kannst auch nicht immer mit den Regen aufhörteren. Aber wir haben das schon schon mit. Du kannst, du kannst du das von Heer der Ringe aufhörteren. Wer mich zu spät, ist es nicht so für dich. Ganz? Nein, du kannst. Lass mich zu spät, rroller mich. Wir kommen aufhörteren. Ich kann ja noch nicht weiter. Ich bin, du kannst du das vorhörteren. Ich bin, du kannst es nicht Das war's für heute. 78. servus immer schön runter springen glaubt meiner hat meiner 12,4 und 13 161 also mit dem kann man ein bisschen lange graben ein bisschen lange ja dann könnt ihr euch vorstellen wie schnell ich den rest des berges da weggehämmert hab sondern das mining speed zu sowohl naja schnell ist was anderes so schnell wie mein inventar voll war jedes mal aber das ist sowieso widerlich so stahl gib gas ähm da brauch ich Zäune und einfach tut okay da ist cobblestone drinnen what wo stimmt da war noch cobblestone drinnen weil ich weswegen hab ich denn da cobblestone gebrannt ich weiß es nicht keine Ahnung ach ja stimmt ja stimmt ich hab damit ähm tanks hergestellt labertanks ok gott ihr nervt in der whatsapp gruppe ey aaaah irgendwie jedes mal wenn ich aufhin empfangen die hatten in der whatsapp gruppe rumzuspannen ja gut machen sie auch dann passen ne in dem moment naja das Haus solitari sieht eh nicht so toll aus finde ich ja nischt ein komisches Dach auch noch dazu ne deswegen sag ich's ja gut ich hab auch schon überlegt dass ich das Haus auch noch mal in der wo ich grad drin bin ok dann krieg ich dann zum schluss ich hab noch nicht mal ein Haus stimmt ja hast ja noch so einiges vor dir ja so schnell wird das Projekt ja noch nicht beendet ne wäre langweilig sonst ja absolut sagen wir jetzt kommen wir grad mal so richtig in Fahrt gut dass ich den Server einmal zum crashen gebracht habe aber sonst ja Flashpoint wie immer scheiße ich kann da ja nichts für wie teile ich hier einfach die ganzen Rüstungen und so umbunkert ne ja schon gesehen ja wir haben Gemeinschaftslager ja nein bräckte alles bei sich rein ist aber immer ein clever ne ist alles bei sich ja ähm einfach noch mehr Zäune boah wie viel denn noch ne du kannst keine Haltbarkeit doch da wollte schon sagen du kannst keine Haltbarkeit drauf machen verzauber die Dinger erstmal mal da müsste es ja gehen so das war doch schon das sollte erstmal reichen ja auch nur noch 25 weil ich jetzt hab ich den verzaubert in einen Tag weiß ich gar nicht mehr irgendwas hab ich verzaubert ach stimmt mein Katana hab ich jetzt noch Looting gegeben mhm 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 ganz nahe ganz nahe ganz nahe das sind die Gäste ranwerfen mhm 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 so ich brauch aber wie vieles ich vergesse schnell viel was so was haben wir jetzt jetzt brauchen wir noch 10 Milliarden Hopper können wir hier echt kotzen mhm das Ding brauchen 9 Hopper was sollen das denn mhm 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 und mich doch verarschen hier verarschen 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 das 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 ach komm mal gleich zehn hier kommen immer gebrauchen weil es durch ein backup hier alle hopper wiedergekommen ich glaube er ja nischt na manches ist verschwunden manches ist da geblieben ein bisschen komisch wird nach einem ausgetestet wieso weshalb warum wenn ich habe dann gucken wir weiter noch ein leid das hat er das light engineering block der woche ich eisen und eisen und eisen kupfer eisen kupfer kupfer eisen ganz viel ich weiß 11 brauche ich dafür 11 ich tue meine rüstung mal bei dir oben gar kein problem zwölf hat er sprach den engineering hammer wo ist meiner da ist ich weiß nicht wo hast du denn hingepackt so einmal so gucken dass ich vielleicht noch ihm so ein extra raum mache oder so ja ja gut ist ja nicht schlimm aber wir kennen die leute ja rüstung weg zack goldene pelikan riku alles war gerade sein also dein fisch wurde ich gerade schon schlagen da würde ich auch nichts reinwerfen also was du brauchst würde ich da nicht reinwerfen verschwindet das ja klar ist eine white chest diese nur kleine ekelhafte white chest ok ich brauche vielleicht noch kabel mit hat er nicht toll wieso hat er keine kabel mit wieso komisches fährt irgendwo das sind immer noch 100 ja das ist halt das tapfeste huhn was ich noch habe um eine illegale breaking bad anlage und und wo diese unten wo der raum ist muss ich auch noch eine anbindung haben ich untermauere mein ganzes land hey sie verbreiten sich und vermehren sich sie lieben sich und machen weiter hallo guten tag ich könnte eigentlich mal alle hühner mal so zur mitte locken oder wie wärst du damit ich hab das halt schon gesehen aber hey wo wie kommt man da hin das ist irgendwo ein tunnel oder was weinst du zu meiner illegalen anlage ja von der seite von der seite bist lustig na ich komme da eben hin la tata la tata tschüss freunde von dem höhleneingang der da ist ja du bist eigentlich schon fast ganz richtig also ja nuscht oder mit was also ich bin hier hinten do you see me kommen wir zur gießerei ja also zu industriehalle die da ist also nicht richtig nicht sogar nichts nicht sogar nichts da kommt es angerannt und hier vorne ist eine kleine futterstation ich mach das nicht mal selber ich mach gar nichts dafür nicht brauche ich noch die dürfen noch nicht getötet werden die müssen sich ganz groß vermehren hier die freunde die werden noch großen zweck haben was deins die eier kommen da immer in die kiste ein ja ja werden benötigt für meine vorherrschaft meins rum ist draußen zwei kisten gibt mit dem feld darum die machen auch automatisch planting und harvesting aber nur im kleinen stil aber es reicht besonders bei kartoffeln und so was reicht das willkommen muss man kurz doch stoppen bei dir wieso verwirrung so aber noch und schalten ok fangen wir mit den skill skill vorlegen mit den dingen an join left join left join left join left wo packt er denn den crusher hin crusher hin crusher hin reicht das denn und die das nicht von ganz anders kann doch da nicht hin passen doch kein platz für die wdf ist nicht da das ist extra da wenn ich mal wieder lava brauche oder so dann kann ich mir wieder was da holen eigentlich nicht so geplant dass da unten die tiere rein sollten aber ich wusste nicht wo ich die züchten soll damit ja sicher sind vor diesen westen das selber mein problem jetzt muss ich aber genau gucken das ist alles mit jetzt alles hängen gemacht das sind auch echt plant und harvester ja 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 klar muss abgehört rein machen abgehört rein machen und dann gas geben das ist gar nicht mal schlecht genau andere so einige dinge der macht auf jeden fall ja viel spaß so zwei jetzt habe ich zurückgeschaltet strudel koscher eine mitte noch irgendwie es aussieht da mit dem wendy mit dem wendy mit dem dinge podcast mit 8 stelle hatte ich weiß hat da hat er deswegen macht er das noch zu ende so laut ding 123 ich brauche ich denn zu viele fans ist aber ich habe keinen Boah, außer Russland fertig machen, hab ich hier eben echt nichts gemacht Und Black Marvel, ich glaube Gut Fences, Fences Ich kann deinen Raum hier fertig machen, Mann Hä, wo machst du denn? Ich stelle immer noch diese Bratmaschinen, die er dahingestellt hat Die Bratmaschine Da er ja extra die Wand einreißen musste, deswegen Achso Das hat mich so ein bisschen stört Hä, bin ja ganz verwirrt jetzt ein bisschen Gut, das bin ich immer, aber Ein bisschen ratlos Er sagt mir, öh Dann hättest du den Ofen so ja nicht in die Wand einlassen können Mal heim Er sagt mir, acht Steelfences Ich hab doch keine acht verwendet Doch, eins, zwei, drei, vier Doch, klar Könnte ich wieder nicht zählen Könntest du wieder nicht zählen, stimmt Ich hab neuner Feld Hab einen Block schon verschwendet Wie viel bleibt übrig? Acht Hm, warum hab ich mich da die ganze Zeit verzählt Weiß ich auch noch nicht Wo du doof bist Deswegen Ich wollte gerade sagen Bada bum, bada bim, bada bum Oh Und er steht auch noch falsch rum Oder? Du hast echt Langeweile Ne Ah, er steht auch noch falsch rum Gut, das kann ich aber gleich machen Du meinst nämlich wegen der Uhr gucken Dass wir jetzt einen bestimmten Cut machen, ne? Genau Dafür kenn ich dich, ja Naja Passt auch immer besser Gut, Leute, aber dann müssen wir sagen Machst du das für diese Folge wieder? Wir haben ja Ne Bio-Shets gemacht Ich glaub, das gibt's immer noch viel besser Aber die sind wahrscheinlich immer noch viel schwerer herzustellen Ich weiß nicht, aber ich glaub, das ist erstmal einer der Dass wir erstmal ne Toastung haben Bestimmt mal einige genug Ja Du hast keine Ahnung noch was gemacht Ich hab mein Crusher hergestellt, aber falsch gebläst Na, ich hab nicht wirklich was Trottelbin Amethyst chestplate Das hat 640 Es gibt, glaub ich, auch Es gibt ja zum Beispiel auch die Ob- Es gibt ja auch Obsidian Helm Plus 3 Protection Kann 5000 mal benutzt werden Und hat 3000 Über 3400 Helferkeit Ja Aber die haben halt nicht so viel Dubility, ne? Ja Es gibt halt verschiedene Sachen Ja Alles klar Einiges 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 Ja Na gut, Leute, damit würden wir sagen Bis zum nächsten Mal Wie gesagt Mich steh beim Brunnen wieder rum Na, ich steh jetzt hier gerade rum Ich mach hier gleich das Ich dreh das einmal Hm Wollt das gar nie machen Und wir sagen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bei Parabelt Tschüss Mit Centos Tschüss 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 Vielen Dank.